Was ist dort? Wie will der Refolger? Gut. Oh ja. Was gibt's hier? Wie gibt's das jetzt? Vielleicht kann ich den Strom anstellen. Diesmal aber nicht im üblichen Keller. Gut. Gucken wir so. Naja, sehen sich aus Kasten oder so. Hallo, Madame. Ewigkeiten, die von ihnen gehört. Wie ist denn? Wie ist das? 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 Oh! Oh, das ist hier. 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 Oh! Oh! Ich hab mich gefunden. Sind jetzt alle drei vor mir? Hallo. Und nochmal Hi. Ah, ich häng hier irgendwo. Und einer von beiden ist tot. Er ist es nicht. Die hielten Sonnen. Ja, dankeschön. Gibt's nur. Ja, du auch noch. Halt mir den einen, da ich einfach durchzulaufen. Drei. Alles gut? Das sieht doch aus, wie ich darf auf dem Foto. Es funktioniert. Juhu. Gut, dass wir uns was gegönnt haben. Ah, ich hasse diese Kämpfe hier. Konstruktionsarbeiterbericht. Unsere Arbeiten wurden für kurz unterbrochen. Vom zweiten Stock des Krankenhauses kam man einst in den Bereich der Tunnel. Davor auch, als das Direktorenbüro in dem Fälle erbaut wurde, war es mit dem Tunnel verbunden. Also, das dachte sich der Direktor dabei. Auf der Insel waren auch die jüngeren Generationen gegen die Ausbauung der Tunnel und wollten sie verbinden lassen. Als ich die alten Tunnel überprüfte, rief mir als erstes auf, dass nirgendwo Mondlicht durchkam. Die endete Seite. Noch eine Puppe. Und sollte auf A drücken. Mal schön die Limmel über da drin. Ach, das nirgendwo ich gerade gebraucht habe, kriege ich hier wieder. Super. Hi. Die dessen Namen ich mir nie merken kann. Es ist echt wenige, die ich nicht genennen kann hier in dem Spiel. Bei ihren Namen kann ich mir einfach nicht merken. Ich habe das hier. Ich habe das hier. da. Ich kann da ganz verschwinden. Guck mal auf zivilisierter Seite, nicht durch die Wand. Ja, da hängt einer, das lässt sich an die Wand. Ja, da hängt er auch nicht zu fotografieren, dann dafür fehlt sich eine Winde. Ich will aber trotzdem noch was aufheben lassen. Irgendwo. Damit ich finden, den Ami zu trage. Ich glaube, es war nichts Wichtiges. Das war nichts Wichtiges, was wir irgendwann auch noch machen müssen, aber es werden wir nicht die Aufnahmefläche verhandelt. Das war falsch. Hier muss ich ein Titbuch gucken. Das tun sie aber nicht jetzt. Das dauert nicht so lang. Außerdem habe ich das alles vorher nicht übersetzt. Hallo. Ich habe immer bei den Geräuschen weiß man nicht, ob ich da jetzt überliegt, ob man leuchtet, lacht er. Notiz zu speziellen Untersuchungen Wie geplant wurden die nächsten 5 Patienten auf die speziellen Untersuchungen vorbereitet. Die Untersuchungen werden im Direktorzimmer stattfinden. Der Begrenzungszugang ist unumgänglich. Erwiesen Patienten, ein wie eingewiesene Patienten. Zimmer 310 Misaki Aso Zimmer 308 Hukai-Yimotsuki Zimmer 303 Madoka Tsukimori Patienten von außerhalb Maria Shinomiya Komoe Nanamura Am Ende ist eine schnell hingekriegtete Notiz beigefügt. Die heutige Auswahl für die Kagura Kanade war schlecht. Ohne diese wird es ein gewöhnliches Fest. In der vorherigen Zeremonie des Übergangs gab es viele Kontrollen über die Auswahl der Kanade. Eine reine, gehorsame, feindwillige Maiden. Die Masten und die Musikkammern leicht mit diesen Maiden verknüpfen. Von Natur aus entscheidet das Schicksal einer Gemeinschaft. Und wir müssen die ernsthaftigkeit und Verantwortung der Rituals übernehmen. Wir müssen die Perfektion an der Auswahl finden. Auch wenn sich damit die Auswahl verzögert wird. Alles die, ähm... Ich kippe mit dem Mädchen. So ein Zufall, nicht? Ich kippe mit dem Mädchen. In die Maske der Mondfensternis habe ich mein Herz, meine Seele hineingesteckt. So lang, bis sie endlich vollendet war. Und ich fühle mich, als hätte ich mein Bestes gegeben. Ich möchte hiermit meine Dankbarkeit für ihre Hilfe ausdrücken. Die verloren gegangenen Dokumente über das Kiraiko wurden wiederhergestellt. Und so wurden die Techniken auch klarer. Vor allem zeigten sie Dinge über die Farben, die als Schlüssel für die mysteriöse Maske der Mondfensternis notwendig waren, zusammen. Ich glaube, das Kiraiko wird sicherlich das gewünschte Ergebnis liefern. Sie werden endlich die wahre Maske der Mondfensternis sehen. Die wahre Maske der Mondfensternis ist kein böser Gegenstand, der den verbotenen Tag ohne Leiden hervorruft, wie es in der Legende heißt. Die Maske der Mondfensternis von Soetsu war nicht fertig und so brachte sie dieses Desaster. Diese Maske sollte die Tore zur Nacht Welt öffnen, über das Soetsu schrieb. Die unerbittliche Geduld wird nun Früchte tragen. Bis zum Kagura muss ich meine Pflicht erfüllen und die Maske beschützen. Ich werde während des Kiraiko nicht anwesend sein, aber ich bete für dessen Erfolg. So ein Zufall erhielt er noch Sooyomoseki hier. Huka, ob das was mit unserem Vater zu tun hat? Der Ritter her war das Notiz. Der Tag des Kaguras naht. Dieses Rogetsu Kagura wird das Publikum wahrscheinlich völlig überwältigen. Viele wichtige Leute von überall werden kommen. Die Eröffnung des Kaguras wird den Namen von Rogetsu allen neu auffrischen und uns alle Arten von Gewinn erbringen. Zur selben Zeit müssen wir auch mit den Vorbereitungen für das Kagura unterhalb fortfahren. Hugh sammelt die Kanade zusammen. Die wahre Maske der Mondfinsternis ist vollendlich. Das Kiraiko wird wiederbelebt. Die Maske der Mondfinsternis brachte die Scheinmelden zum Blühen, brachte uns den Tag ohne Leiden und hinterließ die Insel im Ruin. So wurde es gefürchtet und zu einem Tabu. Aber ein Kiraiko mit der wahren Maske der Mondfinsternis könnte die Utsuwa. Würde man schwerer, kranker Tochter auf dem Weg der Besserung führen. Die Maske der Mondfinsternis ist eine letzte Chance, das Getsuya-Syndrom zu behandeln. In Rogetsu Kagura verliert die Utsuwa sich selbst in der Maske, aber die Maske der Mondfinsternis lässt alle Erinnerungen auf einmal aus. Und nachdem dieses Stadium erreicht wurde, fährt ihr selbst zurück, komplett gesäubert. In dieses Kiraiko-Glück wird mein Kampf gegen das Getsuya-Syndrom endlich enden. Eine lang leidende Frau glaubte, die Krankheit unserer Tochter sei eher schuld und nahm sich das Leben. Eine beträchtliche Zeit ist seitdem vergangen. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es gut, dass sich unsere Tochter nicht in diesem Stadium sieht. Würde ich widme meinen Ergebnissen meiner Untersuchung meiner verstorbenen Frau. Was eben weil es zu schnell, jetzt weil es zu langsam läuft. Oh, hier gibt's jetzt nix mehr für uns. Da war aber noch was. Okay. Wir werden ja jetzt richtig zugeschließen. Wie kommt's? Ein Weg mehr angegriffen. Assistenten-Notips 4 Die Monsfensterne Die einzige Tradition, die von früher übernommen wurde, als eine alte Form des Kegura-Tanzes überlesen. Die Musik kommt von den Kanadeln. Die Seelen der Toten fahren in die Ushuwa. Der ursprüngliche Tanz, der diese Hüste wirkt, mit Kiraigo genannt. Der Direktor sagte, es müssen Vorbereitung für diese Vorführung in der Untergrund Mondhalle getroffen werden. Ich glaube, die melden, die auftreten werden. Wir singen und spielen die Melodie, Böte, Trommeln und Sprechimplomente. Sind die fünf Kanada die selben? Die Känzerin ist sie wirklich ein Gefäß. Und was ist mit dem Kiraigo inmitten des Ruketsu Kagura? Ich werde das beklemmende Gefühl nicht mehr los. Der Film führe ich mich von dem Kiraigo stark angezogen. Es liegt daran, dass ich die Maske sah. Die Maske der Mondfintern. Diese Maske kommt der Lächeln am Rande der Tränen. Der augenblickliche Zorn, wenn man den Tod ins Augen angesicht sieht. Dieses manische Gefühl, wenn man die Maske betrachtet, möchte die Tänzerin mit dieser Maske sehen. Nein, ich möchte am liebsten selbst dabei sein. Es ist zu spät, um umzukehren. Gehebsten. Es ist nicht notwendig, dass es nicht notwendig ist. Ich kann ihn nicht machen, ob er stehen. Ich weiß nicht, wie wir da folgert haben, aber wir gucken, ach da, wir folgen ihr das nächste Mal. Jetzt machen wir mal Hopp und sehen uns dann beim nächsten Mal Tschüss.